Um das Spiel zu speichern, nimm das Disketten-Symbol auf. Disketten, ach. Wenn du das Spiel speicherst, wird die Uhr um 6 Stunden vorgestellt. Die gute alte Zeit, in der noch Disketten benutzt wurden. Und die gute alte Zeit, in der Videospiele noch so aussahen. They crawled from Uranus. Jaja, den hab ich früher nicht verstanden. Ich wusste nicht, dass das, naja, ein kleines Wurzspiel enthält. Gut, schauen wir es uns mal an. Ich versuch mal, möglichst schnell zu sterben, damit es hier nicht so lange braucht. Oh, Lotte, kannst du mal bitte aus meinem Oberschenkel gehen? Danke. Oh. Mein Kätzchen findet es offenbar nicht so toll, dass ich sie nicht beachte. Oh, komm Katze, die versucht gerade mit Krallen an mir hochzuklettern. Ja, ich versuch mal nicht ganz so viel, äh, äh, Skill mit. Lotte, könntest du jetzt mal... Au, 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 au. Oh, Gott, die zerkrallt mir hier, der Oberschenkel. Ähm, ich versuch mal nicht ganz so viel Skill zu benutzen hier beim Spielen. Kann ich sowieso nicht, weil ich hier ja nebenbei geschlachtet werde von meiner Katze. Ähm, damit es nicht so lange dauert. Weil, naja. Ich mein, vielleicht kennt ihr solche Spiele, insofern ihr älter als 25 seid? 20? Keine Ahnung. Bis zu welchem Alter kennt man denn solche Spiele? Ähm. Die verändern sich im Prinzip nicht so sehr. Vom Inhalt her. Bloß vom Skill her. Also es wird mit der Zeit halt ein bisschen schwerer. Ihr seht schon, die schießen ein bisschen mehr. Die sind ein bisschen schneller unterwegs. Naja. Das ist alles, was sich verändert. So sahen Spiele früher aus, Freunde. Da haben wir uns doch schon ein kleines bisschen weiterentwickelt heutzutage. Und das ist auch gut so. Wobei ich sagen muss, in den Zeiten, in denen Spiele noch so aussahen, ähm, da hat man, jetzt vielleicht nicht gerade bei sowas, aber bei irgendwelchen Adventures, schon drauf geachtet, mehr Story reinzupacken. Und, äh, ich glaub, das hat auch gut was ausgemacht. So, das reicht. Wir quitten. Ich glaub, viel mehr müssen wir davon nicht sehen. Es sei denn, ihr besteht drauf, dann können wir ja auch Let's Play The Crawled From Uranus machen. Äh, The Crawled Out Of Uranus. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß. Ansonsten speichern wir jetzt erstmal. Das tut not, nachdem ich hier schon mehrfach angefangen hab. Ja, ich hab schon mehrfach angefangen, weil es ein paar Fehlversuche mit diesen Schwierigkeiten mit der Maus gab. So, und dann begeben wir uns mal nach draußen. Nachts um eins. Geh zu Ryder, er wohnt ein Stück die Straße runter. Ich nehm mal an, er wird immer noch wach sein und kiffen. Denn das macht er den ganzen Tag. So sieht's aus. Die einst mächtige Green Street Gang ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und Leute wie Ryder haben mir das Sagen. Naja, was will man erwarten, was da aus der Bande wird? Ryder. Und diese Mission wird uns ganz deutlich zeigen, was mit Ryder eigentlich schiefläuft. Ich mein, man hat's ja schon so ein bisschen vielleicht mitgekriegt. Aber wir sehen noch mehr davon. Was? 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 Ja, aber jetzt bin ich zurück und ich weiß, was ich missen habe. Du hast mich nicht erwartet, dass ich deinen Scheiß oder nichts küsse. Du bist immer noch ein Buster von mir. Ja, okay, danke, Homie. Natürlich. Wir sind Feigling oder das Weichei. Wir werden noch sehen, wer hier eigentlich wirklich ein Weichei ist im Laufe des Spiels. Wundert euch nicht, dass keine Musik kommt. Ich hab das mal stumm gestellt, weil, naja, Schwierigkeiten mit Gamer und so, ihr kennt das ja vielleicht. Also mach ich's gleich pro Form mal ganz aus. Lass Haare schneiden gehen. Reese's Hair Facial Studio. Geh in die gelbe Markierung, um der Friseursalon zu betreten, kennen wir. So, dann lass mal schnell die Rübe schneiden. Ähm, falls schon jemand von euch noch nicht GTA San Andreas gespielt hat, der fragt sich jetzt vielleicht, was will man an diesen Haaren schneiden? Also die einzige mögliche Frisur wäre vielleicht, irgendwas reinzuschneiden, da so irgendwo so Teilglatze zu machen, wie das heutzutage in ist. Aber ich glaub, ich glaub, das gab's damals noch gar nicht. Diese Muster in den Kopf schneiden, wie man's heutzutage auch bei vielen Fußballern jetzt sieht. Also, was könnte man hier machen, außer Glatze? Naja, schauen wir mal. Das Schöne ist, man kann sich hier Sachen ankleben lassen. Zum Beispiel ein Bart. Oh, das war jetzt die falsche Taste. Oh, halt, 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 ich wollte noch gar nicht gehen. Das war nicht der Plan, lass nochmal reingehen. Ich glaub, wir müssen tatsächlich uns eine andere Frisur zulegen, ist auch interessant. So. Ach, hier oben steht's ja, Eingabe beenden, ja, da hab ich auch drauf gedrückt. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Wunderschön, ein Traum. Nein, danke. Lieber zurück. Cäsar und Ziegenbart. Naja, es wird nicht besser, hab ich das Gefühl. Cäsar und Bart. Es kommt halt immer noch ein bisschen Fell noch dazu ins Gesicht, ne? Aber schauen wir uns doch mal zum Beispiel den Afro an. Yeah, der ist doch stylisch. Ich glaub, den werd ich auch nehmen, aber wir schauen noch mal kurz. Afro und Bart Kombinationen sind bestimmt auch schön. Da läuft mir gleich der Saft in die Lenden hier, wenn ich das sehe. Oh Gott. So, Afro und Bart vielleicht noch. Also ich werde auf jeden Fall ein Afro nehmen. Ich stehe auf Afro. Afro ist cool. So, das hier können wir uns eh nicht leisten, den Flat. Aber wir können uns ja zumindest mal anschauen. Ah ja. Sehr interessant. So, haben wir denn hier unten noch irgendwas? Okay, nein. Eher nicht. Kurze Bürste. Ich hab grad kurze Brüste gelesen. Das wäre jetzt irgendwie etwas seltsam gewesen. Vor allen Dingen beim Friseur. Äh, nein. Conrollo kann man es auch mal anschauen. Können wir uns aber ebenfalls nicht leisten. Äh, muss aber auch nicht unbedingt sein. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal Afro und Bart. Komm, das nehmen wir. Jetzt hat er uns 5000 Mal die Haare geschnitten. Yeah, wir sehen stylisch aus. Jetzt hat er uns 5000 Mal die Haare geschnitten. Ich glaub, dann ist er auch gut. Irgendwann bezahlt man auch mal dafür. Bis bald, Rees. Und jetzt wird's Zeit, jemanden auszurauben. Du kennst was? Ich nehme dich zurück. Oh, Rees hat immer noch krank. Mann, was ist das? Das sieht so schrecklich aus. Oh, Respekt für den Hütten. Oh, clean und shit. Ich bin zu schrecklich, CJ. Ich will uns etwas essen. Ich werde das finishieren. Dann werde ich das Business machen. Wenn du nichts isst, verlierst du Gewicht und irgendwann auch Energie. Der rote Balken zeigt an, wie viel Energie du hast. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du fett. Geh in die Pizza, Ria, und hol dir etwas zu essen. So, wir haben auch hier die Statistiken, was uns da oben gerade erklärt wird. Wo der Respekt noch ein bisschen schwach aussieht. Eigentlich sieht alles noch ziemlich schwach aus. Außer Fett und vor allem Sexappeal. Da können wir noch dran arbeiten. Werden wir noch sehen. Erstmal versuchen wir natürlich ein bisschen was aus Fett noch drauf zu kriegen. So, schauen wir doch mal. Die weiche Portion. Ach, pah, vielleicht noch. Mit sowas fangen wir nicht an. Double D Luxe. Die volle Lutsche. Das klingt schon besser. Oder ein Salat. Nein, Salat wollen wir nicht. So, das ist schon alles. Also würde ich sagen, nehmen wir doch einfach mal die volle Lutsche. So, her mit dem Schmaus. Gleich noch eine, oder? Und gleich noch eine dritte. Wir können übrigens auch uns bis zum Erbrechen vollfressen. Also wenn man das mehrfach macht, ich weiß nicht, so 10 Portionen oder so. Irgendwann fängt er an zu kotzen. Das ist nicht mehr so. Das ist eine dritte. Der Dorte. Da ist weiter. Das ist nicht mein Mann. Não noch zu einem anderen zu klein. Ich freue mich für dein Vater. Todes, du verrückt. Los geht uns hier nicht. Same olden CJ. Buster. Straight Buster. Oh, bibchen. Run! Dieser Fucker. Ja, wir steigen dann lieber mal schnell in den Wagen. Ich möchte diese Waffe. So. Ich möchte nur noch kurz die Waffe einsammeln, dann können wir gehen. So, das muss einfach sein. Ein bisschen für den Waffensammler. Tut mir leid, mein Freund. Aber, äh, ja. So muss man hier agieren in diesem Spiel, wenn man zu was kommen will, nicht wahr? Ja, so, dann wollen wir auch mal Riders Karre ein bisschen zu klumpf haben. Ist ja nicht so, als ob der jetzt unbedingt ein schönes Auto bräuchte. Oh Gott, was ist denn das für eine schwammelige Lenkung? Die ist ja schrecklich. So, einmal rechts rum, würde ich sagen. Hier vorne ist übrigens auch ein, äh, Fitnessstudio. Da wollen wir dann auch demnächst mal reingehen. Denn wir wollen aus dem Fett natürlich Muskeln machen. Und das bedeutet, harte Arbeit für uns. Aber erstmal geben wir wieder Ryder ab hier. So, ich glaube, ihr könnt jetzt nachvollziehen, was an Ryder schiefläuft. Oder was mich so ein bisschen an ihm stört. Und ich würde sagen, wir stützen uns gleich in die nächste Mission auf The Suite. Hier ist ja alles gleich beieinander. Los geht's. Tagging auf Turf. Come on, fat boy. Fat boy, look at, look at. Look who's here. He's running, man. What, you think you're back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you're back on the set. The Johnson brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You're already spread now, fat man. Let's play. Let's see what you got for a job. Hey, wait up. Nah, dachte you hang with your brother, huh? Oh, ease up, low man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Ich glaub, die fahren alle nicht so gern. Wenn sie jemanden wie mich ans Steuer lassen, alle miteinander. Na gut. Dann wollen wir mal. Fahr mit Street nach Islewood. Ich kenne mich ja zum Glück ein bisschen hier aus, deswegen weiß ich auch, wo ich langfahren muss. Glaube ich? Ach ne, ich glaub, das ist noch gar nicht die Station, wo ich grad hinfahren will. Naja, was ist das? Wir können auch den Weg nehmen. Das ist in Ordnung. So, ist also halbwegs straight forward, sag ich mal. Außerdem gibt's hier schon wieder ne Brücke zurück. Alles gut. Ja, stimmt, wir müssen erstmal hier hin. Ich war schon ein bisschen weiter in Gedanken hier bei der Mission. Die haben alle ganz, ganz schreckliche Autos hier, muss ich sagen. Die fahren ganz übel. Stell dich vor das Graffiti und halte die linke Maustaste gedrückt, um es zu übersprühen. Yeah. Halte die Maustaste gedrückt. Es gibt noch zwei Baller-Tagungen in der Hunde. Du gehst sie und ich werde das Auto gehen. Na klar, bis es übersprüht ist. Übersprühe wir die verbleibenden Graffitis in dieser Gegend. Ab geht's. So, und wir sehen, das ist ne kleine Sammelaufgabe. Die gab's ja auch schon in Vice City. Da mussten wir andere Sachen sammeln. Irgendwelche komischen Drogenpakete und was weiß ich nicht. Hier sind's jetzt halt. Naja. Graffitis, guten Tag, meine Freunde. So. Wollen wir doch erstmal ein bisschen die Leute hier rumbringen. Du auch noch? So, zu Tode gesprüht von der Spraydose. Das stelle ich mir schon ein bisschen traurig vor. Vor allen Dingen, wenn's auch noch in Grove Street Farben ist. Naja, geht alles, geht alles. So, wir verziehen uns mal ganz schnell. Auf geht's. War das nicht auch schon Ballers hier? Ballers, wie auch immer. Eigentlich heißen sie ja Ballers. Aber man fühlt sich ja ganz lustig, wenn man sie Ballers nennt. Naja. Feindliches Ganggebiet kann gefährlich sein. Wenn du dich nur zu lange aufhörst, erregst du Aufmerksamkeit. Ich errege immer Aufmerksamkeit, egal wo ich bin. So, einmal hier um die Ecke. Jetzt sind wir da, wo ich schon zuerst hinfahren wollte. Du machst'n Scheiß, du verziehst dich einfach nur, du Feigling. Das Übersprühen von Graffitis rivalisierender Gangs. Bla, den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Wahrscheinlich, ach so, bringt ihr den Respekt deiner eigenen Gang ein? Graffitis sind, äh, in ganz loslandes oder halt? Keine Ahnung. Das sind Ballers Gang-Mitglieder, gekleidet in lila. Sie sind eure Erzfeinde. So, jetzt kommen wir sowieso dazu, den Leuten ins Gesicht zu sprühen. Da hat's immer noch auf mich abgesehen, hab ich das Gefühl. So ein kleiner, blauer Bastard. Sterbt! Ballers! So. Gut, dann verziehe ich mich mal lieber. Wenn man's hier so auf mich abgesehen hat. Und das war jetzt einmal nach oben, genau. Alles klar. Hops! So, kein Problem. Ein nach oben deutendes Dreieck bedeutet, dass es nach oben geht für uns. Alles logisch soweit. Ist eigentlich ziemlich intuitiv, die ganze Radar-Anzeige und so. So. Hallo? Ah, jetzt. Gut, haben wir das auch? Ab ins Auto. Moment. Ah, so, ich musste mal kurz meine Katze vertreiben, die verdächtig nah am Reset-Knopf meines Computers saß. Und es wäre nicht das erste Mal, dass sie es schafft, Reset zu drücken. So, jetzt aber schnell weg hier. Oh Gott! Schnell weg! So. Das war knapp. Aber alles gut gegangen. So, damit wieder auf zu Streets House. Ist ja gleich um die Ecke. Die nehmen wir noch mit hier auf den Weg. Oh, sieh mal an. Was man hier nicht so alles findet. Sind halt immer bloß so ein paar Schuss, aber macht ja nix. Theoretischerweise könnten wir jetzt, da wir eine automatische Waffe haben, auch einen Drive-By ausführen, aber... Man, was ist dein Problem? Wir sparen es uns mal noch. Das kommt später sowieso noch. So, erstmal kurz die Waffen ablegen. Wir wollen nicht unbedingt mit Waffen rumlaufen. Eine Sprühdose ist jetzt in CJs Haus verfügbar. Yay! Großartig!